Kann EasyBot einen Marktcrash überleben und wenn ja, wie viel Prozent kann ein Coin fallen, damit EasyBot immer noch im Profit rausgeht? Das schauen wir uns heute an, denn ich habe öfter jetzt den Hinweis bekommen oder die Bedenken, dass EasyBot oder generell TradingBots ja nur in Bullenmärkten funktionieren wirklich und sobald der Markt ein bisschen mehr fällt, scheitern die meisten TradingBots und ich kann die Bedenken definitiv nachvollziehen und EasyBot selber sagt ja von sich aus, dass sie mindestens 50% Marktcrash überleben, sogar bis zu 90%, was natürlich sehr ambitioniert ist und wir schauen uns heute im Endeffekt ein konkretes Beispiel an, sogar aus meinem Dashboard, was passiert ist, als mein Coin fast 70% gefallen ist. Also, wenn euch das Thema interessiert, dann lasst mir natürlich gerne ein Like da, subscribe zu meinem Channel und aktiviert auch gerne die Glocke und wenn ihr sonst irgendwelche Fragen zu EasyBot habt, dann lasst es mich einfach unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten probiert EasyBot auch gerne einfach aus, es ist kostenfrei für die ersten zwei Paare beziehungsweise zahlt ihr da halt 30% aus den Profits, also nur wenn ihr auch wirklich Profits macht und wenn ihr dann mehr als zwei Coins traden lassen wollt, dann tradet ihr halt ab auf ein Advanced-Paket für 245 Dollar. Auch das ist total überschaubar. Aber ja, nun starten wir einfach mal und schauen, was mit den Tradings passiert ist, mit den Kursen und wie EasyBot sich dort verhalten hat. So, jetzt sind wir im Dashboard und ihr seht hier vier Paare, die ich aktuell aktiv habe und der aktuell am besten performende ist der Curved Dow beziehungsweise bei den anderen ist es auch ganz gut, die haben aber noch ein paar offene Trades und sobald der schließt, wird es auch hier wieder einen größeren Sprung machen von den Profiten. Ich habe euch hier einmal einen Trade rausgesucht beim Curved Dow und das ist nicht die letzte Session, sondern ein bisschen weiter zurück und zwar hier. Dort seht ihr, dass die Session ein bisschen länger lief, die wurde am 14.08. geöffnet und dann erst am 9.09. also jetzt vor vier Tagen geschlossen und da wurde der Curved Dow für 1,44 USDT eingekauft, 23,8 Stück insgesamt. Das wäre der Initial Buy am 14.08., der dann am 9.09. verkauft wurde. Und dann schauen wir uns einmal an, da seht ihr schon, dass regelmäßig nachgekauft wurde bis zu Cover 5. Dann wurde ein Teil davon verkauft und es wurden knapp 13 Asset Profit gemacht. Der Kurs ist aber weitergefallen auf Cover 6 und dann wurde Cover 6 verkauft mit 16 Cent. Ist wieder ein Stück gefallen mit 18,6 Cent wieder verkauft worden. Und dann ist der Coin aber doch noch ein ganzes Stück runtergefallen, dass er sogar Cover 14 erreicht hat. Aber das war dann noch nicht alles. Wenn wir weiter runter scrollen, sehen wir hier sogar Cover 17 wurde erreicht. Und das ist auch der letzte Preis im Endeffekt, der niedrigste Preis zu dem, der gekauft wurde. Wenn wir uns das weiter mal kurz durchscrollen, seht ihr, dass hier die Preise dann schon wieder einiges gestiegen sind. Genau. Und bevor wir uns jetzt dann auch das Ergebnis angucken, schauen wir uns noch einmal an, zu welchem Startpreis es reingegangen ist. Also 1,44 und 0,97 wurde dann das letzte Mal zum niedrigsten Preis eingekauft. Und ich habe es für euch hier schon mal in den Prozentrechner, in den Blitzrechner mit eingegeben. Und das hier ist das, wo es zum niedrigsten Preis sozusagen gekauft wurde. Hier war der Initial Buy und dann seht ihr, dass im Laufe dieses Trades 67,9 Prozent der Markt gefallen ist. Ja, hier haben wir es auch nochmal gegengerechnet. Also 67 oder fast 68 Prozent ist der Markt im Laufe dieses Trades gefallen und ich habe trotzdem Plus gemacht. Ja, natürlich war der Trade hier einiges länger offen. Ja, also etwas über drei Wochen, aber bei fast 70 Prozent, wo der Markt gefallen ist, habe ich trotzdem noch, scrollen wir mal einmal komplett runter, 55,6 Dollar Profit gemacht. Mein gesamter Betrag hier drin sind 1.000 Dollar, also 5,5 Prozent Profit, obwohl der Markt selber 68 Prozent gefallen ist. Und das ist hier natürlich kein Einzelfall. Ich habe Kollegen, bei denen das auch so war, auch bei EasyBot im Webinar gab es unter anderem mit Ethereum, aber auch mit anderen Coins, wo das sogar schon 70 oder 73 Prozent gesunken ist. Also das sind definitiv Prozentbereiche, wo EasyBot noch mit Bravour und mit Leichtigkeit diese Trades im Plus ja abschließen kann. Mit den 90 Prozent, da habe ich jetzt selber noch nichts gefunden. Ich bleibe aber weiterhin, gerade jetzt im Bärenmarkt natürlich, habe ich ein Auge auf meine Trades, wie sie hier abschließen. Und wenn ich nochmal etwas finde, wo das Richtung 80, 90 Prozent geht, werde ich euch das definitiv wissen lassen. Aber ihr seht, also der Bot, EasyBot kann auch hier im Market Crash, obwohl der Markt einfach 70 Prozent Verlust macht, immer noch im Profit abschließen. Und das ist auch ein Grund, warum ich einfach aktuell sehr, sehr überzeugt bin von EasyBot. Nicht nur, dass das Geld bei uns bleibt oder halt auf unserer Exchange bei Binance QCoin und wir nur einen kleinen Betrag hier an EasyBot selber schicken für die Servicegebühren. Ihr könnt kostenfrei mit zwei Coins das starten und testen, ohne dass ihr hier groß Risiko habt. Ihr könnt in der Regel ab 600 Dollar pro Trading starten. Es geht auch mit weniger, wenn ihr daran ein Interesse habt, dann lasst es mich auch unten in der Beschreibung wissen. Dann mache ich dazu nochmal ein separates Video, wie ihr auch mit EasyBot mit kleineren Beträgen ihn einfach mal starten und testen könnt. Wobei ihr dann natürlich ein bisschen was in den Einstellungen machen müsst. Ich selber empfehle eher, dass ihr die Einstellungen so lasst, wie EasyBot sie programmiert hat. Die haben sich was dabei gedacht und das ist auch der Grund, warum EasyBot hier einfach wirklich 50 bis 90 Prozent Marktcrash mit überleben kann und das auch mit Leichtigkeit aktuell. Ja, also ich bin sehr begeistert. Wenn ihr auch Bock drauf habt, nehmt gerne meinen Link in der Beschreibung. Und wenn ihr dann so davon überzeugt seid, dass ihr sogar sagt, ihr wollt euch hier ein Team aufbauen, es auch weiterempfehlen, dann lasst es mich gerne wissen. Ich unterstütze euch gerne dabei, um dann auch mit in den Founders Club zu kommen, wenn ihr noch nicht wisst, was das ist. Oder wenn ihr wissen wollt, wie ich euch dabei unterstützen kann, habt ihr auch nochmal unten in der Beschreibung dann einen Link zu meinem Video dazu. Dort findet ihr dann alle Informationen. Also, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und hat euch ein bisschen was gebracht und dann sehen wir uns im nächsten.